Hallo liebe Leute, Alpenmilch hier haben wir Spiele weiter, Shovel Knight. Okay, ja, wo wir hier in den Polar Knight besiegt. Und Slander Chip und als nächstes gehen wir an der Clockwork Tower, wo den Tinker Knight sich befindet. Get digging! Okay, direkt nach dem Schirm gesehen, dass wir hier mit Lovebanner zu finden. Und wie ist das eigentlich das? Yeah, one go. Okay, ich mündere dir jetzt noch viel Dreck, also muss man jetzt die Farben einfach verhalen eigentlich da. Ich bringe so ein bisschen einen Haftrick. Nee, mehr. Lüncht leider direkt schon eine gute Päckchen Geld verpasst. Ah, was ist denn schlimm, weil sowieso ist die Not Lovebanner, wo ich viel mehr einfach hätte stirben. Nicht gesehen, dass ich hier komme. Die Musik ist herrlich und das ist im Level. Okay. Okay. Wir haben einen neuen Tipp von Obstakelern, da sehen wir einen von Zahnrädern, die aufkommen. Können wir euch größer abgehend hier machen. So. Wollen wir den einen einfach essen? Was ist der Wert? Ich denke immer nicht. Ich sehe nicht der Meinung, dass die dort unter Wert sind. Also, hier holen wir einen Platz für die Fische und mit das auf der anderen Seite. Da muss ich mal gucken, dass ich mal rüberkomme. Ähm, ja. Mir fängt nur noch wirklich, nur in den Schluss vom Spin zu kommen. Das war gut. Gut, dass ich durchgestellte sind, also auf dem Zahnrad getroffen gesehen und mit dem gedrängt. Ja, propa. Das war's, wir sind alle auf dem Schluss. Hier, wir werden hier auf dem Fin. Wollen wir die Bitter und die Fische dannieren? Leider habe ich mir in dieser Zeit genommen? Gut, dass ich vorhin habe, was ich mit dem Knutzen gefangen habe. Was muss ich nicht tun, war ich mit dem Knutzen auch. Ok. Welche Knutzen? Ich habe dir, was ich an den Knutzen hatte. Wollen wir an den Knutzen, wir haben schon so genug, auch auf dem Knutzen zu haben. Und dann könnte ich den Knutzen, damit strecken, denn verdammt aus dem Knutzen sein. Und dann kann ich den Knutzen geben. wenn man es handelt menschen lieber aus uns denken wir alles können wir dürfen nur mal kurz wenigstens da lief strom dass man wohl schon als ein checkpoint gesinnen alle riefer kurz check point australen aber okay noch stehen Echt ein Checkpoint. Danke. Ich wollte nur denken, dass ich die Strahlung habe. Ähm, das ist halbwegs. Ja, ich will aber auch mal. Ja, ich will auch mal rein. Okay, ich will auch mal rein. Okay, ich will den Blatt. Dort. Nee, süd. Ich bin dort. Ich bin verdankt. Mir war das nicht schlimm. Okay, ich will den Checkpoints. Das ist aber schon ein bisschen wie krü. Okay, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Ich schnapp' und du. Aber hier ne Geld im Trank. Natürlich muss ich den Monitor bedenkt. Ich darf gar nicht gehen. Gibt ja das meiste Geld im Trank benutzen. Aber nicht, gull ich. Jetzt verlierst du mir noch einen Brut haben, du. Dann ist es noch. Moment mal, gut. Okay. Okay. Mh, 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 mh. Mh. Püree, nee, das ist nicht gut. Nur geht es nicht, Spasslass. Okay, Deutschland wird nur noch. Das muss ich nicht genug benutzen. ich habe es nicht gehalten, ich nehme mich zu schnell zu aggro voilà nicht so ok, besser ok, nice wenn die Gäldentrank nicht gebraucht gut mhm, 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 mhm mhm, mhm mhm, mhm, mhm mhm, mhm, mhm mhm, mhm mhm, 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 mhm mhm, mhm, mhm mhm, mhm mhm, mhm, mhm mhm, mhm mhm, mhm, mhm mhm, mhm, mhm mhm, mhm mhm, mhm mhm, mhm mhm mhm, mhm mhm, mhm, mhm mhm, mhm mhm, mhm mhm, mhm mhm, mhm mhm, mhm, mhm Ich losse mich nicht stehren, ich will föschen. Ich losse mich nicht. Ich losse mich nicht, ob ich die powerbank habe. Ja, ein Autoscrawler. Als Lieblings-Tippe-Fu-Level natürlich. Schnell. Das wäre Platz lang. Das wäre dort. Das wäre dort heute. So wie heute. Jep, jep, jep. Für diesen Teil wüsste ich mich am liebsten mit Unverwundbarkeit. Ich drücke den falschen Knopf. Ich drücke den falschen. Oder die Traumzerstörung. Oh nein. Mir tut es nicht mehr. Das gehöre ich mir vorbei. Das klappt doch besser. Okay. Ah, das kann er nicht sehen. Hm. Das ist zu schnell. Der Moment wo ich lande in der Stich auf wie eine Menge Phaser greife ich mich hin. Das echt? Ja, das bleibt mir eigentlich auch nicht. Dann müssen wir den Horn benutzen, ne? Den Horn ist definitiv. Lösung für alles. Ha, 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 ha. oh no. Ja, das ist echt schön. Hmm, 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 hmm... Hmm, 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 hmm. No, la, Läsung für alles. Wegesucht. Das war mit einer Ede schmäh. Wollen wir schon können, der Marmott, jo. Einen dritten Checky. Einen dritten Checky. Troutan. Ich kriegst du nicht. Okay, hier los, ich muss hochrutschen. Das wollte ich nicht machen. Ich hätte keinen Knuckle Punch benutzen dürfen. Den hätte ich mich nämlich sicher, wie weit weg. Interessant, interessant. Das ist am Anfang ein Alternativweg. Ja. Haben wir den jetzt zur Zeit gelos? Ja. Easy. Ja. 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 Da, ich bin jetzt in der sociedad. Ja. Wenn du den Weizen hast, die eher nicht gekostet hast. Das werden nur wirklich steuer. Werte, dass... Ich will den Hohen auch noch voll wohnen, ja, Binger Leder kannst du den auch benutzen, ja. Doch, bringt man nicht so viel. Äh, der nächste noch unverwundbar Kate. Für die Heute kannst du Binger Leder erst benutzen. Das ist nie zu gut, zu weit zu gehen, haha. Okay, okay. Gut. Ähm, nein, nicht direkt. Dann soll ich mal das tun. Okay. 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 Und nun komm. Oder sind wir heute bei dem Bus. Tinker Knight. Ah, hast du all diese Ruhe gemacht? Ich kann nicht direkt denken, ich habe so viel Arbeit zu tun. Nur Arbeit auf mich passen, kleine Freundin. Oh, große Wörter in Tin Man. Ich zeige dir ein Finger, auch. Ja, die Knight in der Snetz... Oh, ich wollte gerade sagen, wie die Snetz zerriert sie, weil dann da losse nicht mich treffen. Also das, weil der tut natürlich der Bus aus. Voilà. Das ist aber noch nicht alles. Voilà, da geht richtig los. Und ich muss dann auch die Knight, das ist nicht all zu schwer. Und das ist alles ultra cool und die Pixel are das mega. Okay. 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 Kann ich nicht alles aufnehmen? Das ist noch gut. Ich bin irgendwie im Tätlocke. Und tschüss. Saabah! Also ich bin dann da. Okay. wird er so umgekippt. So, also, 2, 3 PS-W-Spieler. Ok. Auch's mit, weiter, schlimm. Und so, wo man den Tinker Knight besiegt. Das ist aus Anfang ziemlich, coole Level, wie ich so. Obwohl, Autoscroller und so weiter gefällt mir den wirklich gut. Loh, den nächstelabend. The Pupale Knight. Uh, da das Langeaner sagt, na. Zu viele Pizze, zu viele Asche, wo ich einfach stirbe kommt für mehr Geschmack. Also ich komme mal bis an die Village. Es ist ein Schast der Position, sodass wir die Power Up genug kaufen können. Eine Wunderschrift. Okay. Und hier ist es. Hast du den Preis in einem Schnitt, um ein Charme bezahlen? Das liegt mir da, ja. Das ist egal. Okay, mit 6.000. Ich wollte den noch mal beim Gehren, obwohl ich dir schon nichts mehr geholfen habe. Ich sehe schon den, den unbedingt wohl, dass ich... Voilà. Das war einmal der Specter Knight besiegt. Und kann man da uns. Ja. 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 Als Kleine Bonus zum Schluss in der Episode wünsche ich mir wieder eine Schraub. Why not, ha? Ha! Magnifique. Merci. Anfang wollten die alle gut erst mal Gewässer besiegen, und so weiter. Okay, mit einem Aden und Stahl sind Gold zusammen. Ich habe noch mal gesammelt. 26 Mal gefahren, aber sie verstanden gegangen. Ich bin nicht ein Witch. Hahaha. Maja Leute, das war dann den Tinker Knight an der Level. Nächste Keier werden wir nicht direkt Richtung Propeller Knight gehen. Wir haben noch eine Sache, wo wir es können und gucken. Also echt, man. Und ja. Ich meine Finken nun. An dem wir mal vielleicht an den Hall of Champions gehen. Was hält das auch von. Maja, das war halt mit mir. Ich war Traveller Knight. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Aber bis nächste Keier. Alle, ciao. Bitte so. Ja. Dann geht's